Guten Tag, Matthias Buck ist mein Name. Ich leite die Arbeiten zur europäischen Energiepolitik bei der Agora Energiewende. Wir hatten am 12. Dezember eine öffentliche Veranstaltung zu dem Winterpaket der Europäischen Kommission gemacht. Die war in hohem Maße überbucht und wir bekamen einige Anfragen per E-Mail vor allem von Leuten, die nicht teilnehmen konnten an der Veranstaltung, ob wir den Vortrag, den ich dort gehalten habe, nicht auch im Netz zur Verfügung stellen und das wollen wir hiermit tun. Worum geht es bei dem Winterpaket? Erstmal ein Satz zu Agora. Wir sind ein Think Tank in Berlin mit circa 20 Experten mit einer stabilen Finanzierung bis 2021. Das Mandat der Stifter, die uns das Geld zur Verfügung stellen, mit dem wir arbeiten, ist, dass wir die Energiewende in Deutschland und weltweit zu einer Erfolgsgeschichte machen sollen, helfen, das zu tun und das beinhaltet, dass wir immer voran denken, was sind die nächsten großen Dinge, die anstehen. Wir machen Studien, wir sprechen mit Experten, wir organisieren Dialoge mit Entscheidungsträgern und diskutieren wichtige Themen mit hochrangigen Experten in dem sogenannten Rat der Agora. Informationen zu Agora finden Sie auch auf unserer Internetseite natürlich. Aber jetzt zu dem Thema des Vortrags, das Winterpaket der Europäischen Kommission. Das Winterpaket der Kommission ist ein großes Bündel an Gesetzesvorschlägen, die die Klima- und Energiepolitik der Europäischen Union jedenfalls bis 2030 prägen werden. Bevor ich zu dem Paket selber was sage, was sind die wichtigen Rahmenbedingungen, in die hinein die Kommission diese Gesetzesvorschläge gemacht hat. Der Ausgangspunkt der Arbeiten zum Winterpaket der Kommission ist die Entscheidung der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union im Oktober 2014, in denen die Staats- und Regierungschefs neue EU-Klima- und Energieziele für 2030 festgesetzt haben. Das beinhaltet eine Entscheidung, die Treibhausgasemission innerhalb Europas um mindestens 40 Prozent zu reduzieren, den Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch auf mindestens 27 Prozent zu erhöhen und die Energieeffizienz bis 2030 um jedenfalls 27 Prozent zu steigern. Diese Zielentscheidung trifft auf eine Situation, wo wir heute in den meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union signifikante Überkapazitäten im Kraftwerkspark haben. Gleichzeitig weil es Überkapazitäten gibt, gibt es mehr Schwierigkeiten der Kraftwerksbetreiber, sich über den Strommarkt zu refinanzieren. Deshalb sehen wir zunehmend in verschiedenen Mitgliedstaaten sogenannte nationale Kapazitätsinterventionen. Das heißt, Regierungen nehmen Geld in die Hand, um neben dem Markt den Kraftwerksbetreibern noch Zahlungen zu leisten, mit der Zielsetzung dafür zu sorgen, dass eben weiterhin verlässlich Strom erzeugt wird. Das nennt sich Kapazitätsinterventionen. Wir haben zudem enorme und weiterhin wachsende Überschüsse im europäischen Emissionshandel mit dem Ergebnis, dass wir jedenfalls bis 2030 nach den Projektionen, die wir heute haben, keine signifikanten Investitionsanreize über den Emissionshandel erwarten in CO2-neutrale Technologien. Die Technologiekosten der erneuerbaren Energien sinken weiter, sind stark gesunken, und sinken weiter. Gleichzeitig haben wir aber nach wie vor einen Strommarkt, der unzureichend vorbereitet ist auf die Integration eines steigenden Anteils von erneuerbaren Energien. Vor dem Hintergrund mangelndes Preissignal über den Emissionshandel, Schwierigkeiten der erneuerbaren Marktintegration, Überkapazitäten im Kraftwerksbereich, ist es weiterhin aus unserer Ansicht dringend erforderlich, dass wir stabile Regelungsrahmen haben für den weiteren Zubau von erneuerbaren Energien und für die Steigerung von Energieeffizienz. Eine weitere wichtige Rahmenbedingung, jedenfalls seit dem Abschluss des Paris-Abkommens ist, dass mehr Mitgliedstaaten heute national über einen Ausstieg aus der Kohle diskutieren. Die Niederlande tun das, die Briten haben eine solche Entscheidung getroffen, Frankreich ist in die Richtung vorangegangen, auch in Deutschland wird das diskutiert. Jetzt zum Winterpaket selbst. Was ist in dem Winterpaket drin? Oben drüber liegt eine Mitteilung der Europäischen Kommission, indem sie ein Gesamtbild zeichnet und die verschiedenen Gesetzesvorschläge einordnet. Dann gibt es zwei sogenannte Aktionspläne. Der eine eher zu Finanzierungsfragen, der andere zu Forschung und Innovation. Zum Thema Energieeffizienz gibt es einen ganzen Strauß an Überarbeitungsvorschlägen für bestehende Rechtsakte. Die Richtlinie zur Energieeffizienz wird zur Überarbeitung vorgeschlagen, die Richtlinie zur Energieeffizienz von Gebäuden. Es gibt ein Bündel an neuen Vorschlägen zur Energieeffizienz von Produkten im Kontext der Öko-Design-Richtlinie und eine neue Initiative der Kommission, um die Gebäudesanierungsraten zu verbessern, die sogenannte Smart Finance for Smart Buildings-Initiative. Im Bereich der erneuerbaren Energien schlägt die Kommission eine Überarbeitung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie vor und behandelt in dem Zusammenhang auch weiterhin das Thema Bioenergie. Das war in der früheren Phase in der Diskussion, ob man das Thema Bioenergie selbstständig nicht besser adressieren sollte. Zu dem Thema Strommarktdesign, also die Regeln im Markt, mit denen die Erzeuger und Nachfrager arbeiten, um Strom zu verkaufen und zu kaufen. Da gibt es eine Überarbeitung der EU- Strommarktrichtlinie, eine Überarbeitung der EU-Strommarktverordnung. Es gibt eine neue EU-Verordnung zur Stromversorgungssicherheit und eine Überarbeitung der EU-Verordnung zur ACER, also der Behörde in Jubiliana, wo die nationalen Regierungsbehörden sich koordinieren. Und wichtig auch die sogenannte Sektoruntersuchung der Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kommission zu Kapazitätsmechanismen. Dort wird der Abschlussbericht auch in diesem Winterpaket jetzt vorgelegt. Unter dem Thema Governance, sozusagen der institutionelle Handlungsrahmen, dort schlägt die Kommission eine neue EU-Verordnung für eine integrierte Klima- und Energie-Governance vor. Im Kern führt sie die bislang sektoral entwickelten nationalen Planungs- und Berichtspflichten in einem Instrument zusammen mit dem Ziel zu konsolidieren, zu vereinfachen. Dann gibt es noch eine Reihe anderer kleinerer Themen, eine aktualisierte Studie zur Energiepreise und Kosten. Vor allem wichtig unter der Frage, wo steht Europa in punkto Wettbewerbsfähigkeit von Energiepreisen, auch gerade in der Industrie. Und dann noch eine Reihe anderer Mitteilungen, die zum Teil eher prospektiven Charakter haben. Also ein sehr großes Paket, insgesamt mehr als 1000 Seiten Rechtstexte und Strategiedokumente und darunter dann, wie üblich, für jedes einzelne größere Thema eine Folgenabschätzung der Kommission und darunter dann unter den Folgenabschätzungen Expertenstudien, externe Studien, die die Kommission in Auftrag gegeben hat, um ihre Folgenabschätzung durchführen zu können. Das ist sozusagen das, was wir sagen als Winterpaket. So, jetzt zum ersten Themenblock Energieeffizienz. Dort hatte ich schon erwähnt, gab es bislang, dass die Zielsetzung durch die Staats- und Regierungschefs mindestens 27% ein bislang unverbindliches Ziel. Hier schlägt die Kommission vor, dass es bis 2030 ein 30% Energieeffizienz Ziel geben soll, was auf EU-Ebene verbindlich würde. Die Kommission benennt das Thema Efficiency first als Organisations- und Entscheidungsprinzip der Energiepolitik. Das heißt, Efficiency first heißt, es geht nicht nur darum, Energie zu sparen im Endenergieverbrauch, das anzuschauen, sondern auch im größeren systemischen Kontext immer dort, wo es Einsparungsmöglichkeiten gibt, durch Infrastruktur, Planungsmaßnahmen beispielsweise, diese auch in den Blick zu nehmen. Das ist Efficiency first als Organisationsentscheidungsprinzip. Die Kommission schlägt weiterhin vor, die Energieeinsparverpflichtung in Artikel 7 der Energieeffizienz- Richtlinie über 2020 hinaus zu verlängern. Ich hatte bereits erwähnt, sie schlägt neue Effizienzproduktstandards und die Aufnahme neuer Produkte im Kontext der Ökodesign- Richtlinie vor. Im Bereich Elektromobilität schlägt die Kommission vor, dass bei Nichtwohngebäuden mit mehr als zehn Parkplätzen zukünftig es verpflichtend sein soll, mindestens also für alle zehn Parkplätze einen Parkplatz mit Elektroautolademöglichkeit zu schaffen und bei Wohngebäuden soll auf jeden Fall eine Verpflichtung bestehen, Kabel zu verlegen, sodass wenn man dann tatsächlich Elektromobilitätslademöglichkeiten schafft, dass es nicht grundlegend bereitet werden muss, sondern günstiger dann schnell verwirklicht werden kann. Es gibt eine langjährige Gebäudesanierungsstrategie und die soll nach Vorschlag der Kommission zukünftig Teil der integrierten nationalen Energie- und Klimapläne der Mitgliedstaaten werden. Die Sanierungsrate im Gebäudebestand ist etwas, was die Kommission sagt, geht zu langsam, das entspricht auch unserer Einschätzung. Und um das schneller voranzubringen, schlägt die Kommission eine neue Finanzierungsinitiative vor, wo es im Kern darum ginge, dichter an den nationalen Entscheidungskontext heranzukommen, also in den verschiedenen Mitgliedstaaten Dialogplattformen zu etablieren, wo die konkreten Sanierungsbedarfe mit den möglichen Förderinstrumenten seitens der EU enger in Kontakt gebracht werden sollen. Das ist so im Kern die Idee, die die Kommission dort hat. Wie ist das Thema Energieeffizienz einzuordnen? Nach unserer Einschätzung ist das, was die Kommission vorschlägt, durchaus ambitioniert, gerade auch die vorgeschlagene Zielerhöhung. Der bestehende Handlungsrahmen wird belastbar fortgeschrieben bis 2030. Es werden zahlreiche Unklarheiten beseitigt, auch im definitorischen Bereich. Die finanziellen Anreize werden verstärkt und besser fokussiert, insbesondere um die Sanierungsrate im Gebäudebestand zu verbessern. Was man kritisch anmerken muss, ist, dass das Thema Efficiency First zwar benannt wird als Organisations- und Entscheidungsprinzip, aber in keiner Weise erkennbar operativ ausgestaltet. Und da hätte es durchaus die eine oder andere Möglichkeit gegeben, beispielsweise, da werde ich im weiteren Verlauf noch was zu sagen, im Bereich der Planung und Berichterstattung, dass die Mitgliedstaaten das Thema Efficiency First auch deutlich aufgreifen müssen, wenn es beispielsweise um langfristige Planungsentscheidungen geht. Das findet sich nicht als solches im Paket. Erneuerbare Energien, nächster Themenblock. Die Startchefs im Oktober 2014 hatten ein verbindliches EU-Ziel von mindestens 27 Prozent erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch festgesetzt. Wichtig aus unserer Sicht ist hier die Feststellung, dass wir auf der einen Seite weder ein EU-Instrument haben, um dieses EU-verbindliche Ziel zu liefern, zu erreichen, noch dass dieses Ziel, was die EU insgesamt hat, auf die Mitgliedstaaten heruntergebrochen würde. Das heißt, es bleibt bis auf Weiteres unklar, wie viel zur Zielerreichung jeder einzelne Mitgliedstaat beitragen soll oder müsste. Das ist ein signifikanter Unterschied zum derzeitigen Regelungsrahmen. Die erneuerbare Energierichtlinie, die noch bis Ende 2020 in Kraft ist, setzt für jeden Mitgliedstaat verbindliche nationale Ziele im erneuerbaren Bereich fest. In Zukunft würde das also nicht mehr der Fall sein. Immerhin ist es so, dass die Kommission vorschlägt, dass die nationalen Ziele, die heute bereits existieren, quasi als Baseline auch über 2020 hinaus fortgelten sollen. Damit soll verhindert werden, dass einzelne Mitgliedstaaten nach 2020 unter das bis dahin erreichte Niveau an erneuerbaren Energien runterfallen, was durchaus der Fall sein könnte, wenn wir eben nach 2020 keine nationalen Ziele mehr haben. Dieses Etablieren der nationalen 2020-Ziele als Baseline ist aber nicht absolut. Das heißt, es ist vorstellbar, dass der Mitgliedstaat nach 2020 sein derzeitiges Ziel unterschreitet. Allerdings müsste er dann einen finanziellen Ausgleich leisten, der dann über einen EU-Finanzierungsmechanismus eingesetzt würde, um entsprechende Kapazitäten in anderen Mitgliedstaaten zuzubauen. Die Frage, wo stehen wir zur Zielerreichung zwischen nicht verbindlichen nationalen Beiträgen zum EU-Ziel, was verbindlich ist, das will die Kommission erst in 2023 bewerten, ob es da Nachsteuerungsbedarf gibt, ob das EU-Ziel erreicht wird und eventuell dann einen Vorschlag machen für einen sogenannten Gap-Filler, also Gap-Lücke, falls es eine Lücke gibt, würde die Kommission in 2023 vorschlagen wollen, wie diese Lücke zu füllen wäre. In der Diskussion zu der Richtlinie, die jetzt vorgeschlagen wurde, Ende der Überarbeitung gab es Initiativen, dass in der Zukunft die Richtlinie deutlicher etablieren sollte, wie nationale Fördersysteme für erneuerbare Energien auszugestalten sind, das unter dem Stichwort Common Rule Book. Das, was wir dort an Entwürfen gesehen haben, das ist aber jetzt nicht in dem Vorschlag enthalten. Es wurde rausgenommen, ganz am Ende, vor allem, weil es Sorgen gab in Teilen der Kommission, dass das die Beihilfeentscheidung der DG Wettbewerb in unzulässiger Weise, die Beihilfeentscheidungskompetenz der DG Wettbewerb in unzulässiger Weise einschränken könnte. Stattdessen gibt es allgemeine Marktintegrationsprinzipien, die bei nationalen Fördersystemen berücksichtigt werden müssen. Da steht in dem Sinne nichts Neues drin, was wirklich weiter reicht über das, was wir heute schon haben. Wichtig vor dem Hintergrund, dass in der Vergangenheit einige Mitgliedsstaaten bestehende Investitionen in erneuerbare Energienanlagen entwertet haben durch retroaktive Änderungen ihrer Fördersysteme oder indem bestimmte steuerliche neue Steuertatbestände geschaffen wurden, die letztlich aber getätigte Investitionen entwertet haben. Vor dem Hintergrund ist es wichtig, dass die Kommission jetzt vorschlägt, dass zukünftig retroaktive Änderungen verboten werden sollen. Das steht unter einem Beihilfevorbehalt, ist aber, glaube ich, heute nicht mehr so relevant. Auch wichtig ist, dass die Kommission vorschlägt, dass zukünftig Repowering, also die Modernisierung von bereits bestehenden Anlagen, dass das einem vereinfachten Genehmigungsverfahren unterliegen soll. Die Kommission schlägt konkret vor, dass Genehmigungsentscheidungen längstenfalls ein Jahr dauern dürfen, bevor dann klar ist, ob Repowering stattfinden darf oder nicht. Wir haben insbesondere im Windenergiebereich einen erheblichen Modernisierungsbedarf. Je nach unterschiedlichen Abschätzungen gibt es dort ca. 40 % der heute installierten Windkraftanlagen in der Dekade 2020-2030 veralten. Auch wichtig aus Investorenperspektive ist, dass mit dem Umstieg auf Ausschreibungssysteme als das normale System national, um den Zubau zu steuern, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet werden sollen, eine mindestens dreijährige Perspektive zu schaffen, wann bestimmte Ausschreibungen stattfinden, wie viel Kapazität ausgeschrieben werden soll und welches Budget in die Ausschreibung kommt. Was natürlich aus Projektierersicht sehr wichtige Anhaltspunkte sind, was für Potenziale habe ich in welchen Märkten in Europa. Im Rahmen einzelner Beihilfeverfahren der Kommission gegen Mitgliedstaaten und deren nationale Fördersysteme hat der Grundsatz der Öffnung nationaler Fördersysteme immer eine Rolle gespielt in den letzten Jahren. Jetzt in der Richtlinie schlägt die Kommission vor, dass es zukünftig grundsätzlich verpflichtend sein soll, nationale Fördersysteme zu öffnen und diese Öffnung bis 2025 jedenfalls 10 % der neu ausgeschriebenen Kapazitäten betragen soll und danach, also 2026 bis 2030, 15 % der neu ausgeschriebenen Kapazitäten wohlgemerkt. Das wäre in die Zukunft, das wäre nicht bezogen auf das, was heute bereits im nationalen Fördersystem gefördert wird. Gerade weil es keine verbindliche nationale Ziele gibt, welcher Mitgliedstaat jedenfalls bis auf weiteres keine verbindlichen nationalen Ziele gibt, welcher Mitgliedstaat wie viel zur EU-Zielerreichung beitragen muss. Deshalb bemüht sich die Kommission darum, den Zubau in die Mitgliedstaaten stärker durch finanzielle Maßnahmen zu unterstützen im Rahmen bestehender EU-Mittel und zukünftig verfügbar werdender EU-Mittel, beispielsweise durch diesen EU-Finanzierungsmechanismus. Weitere wichtige Aspekte. Die Kommission schlägt vor, dass Beteiligungsrechte von Bürgern und Renewable Energy Communities, wahrscheinlich Energiegenossenschaften in Deutschland würde man das so nennen, explizit gemacht werden sollen und diese Rechte beziehen sich auf Eigenerzeugung, Eigenverbrauch und die Einspeisung. Für Deutschland nach meiner Einschätzung hat das keine wirklichen verändernden Aspekte für das, was wir bereits heute machen. In anderen Mitgliedstaaten, wo die Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger heute wesentlich weniger gut ausgestaltet sind, da wird das relevant sein. Im Bereich Biokraftstoffe, erste Generation, da ist ja sehr viel Kritik geübt worden an dem bestehenden System und möglichen negativen Auswirkungen auf Biodiversität, auf Konkurrenz zu Nahrungsmittelproduktion. Da schlägt die Kommission vor, dass es einen sogenannten Face-Down gibt. Also sie hat sich entschieden gegen ein Verbot der ersten Generation von Biokraftstoffen in der Zukunft, sondern sie schlägt vor, den Anteil von Biokraftstoffen im erneuerbaren Bereich herunterzufahren. Grundsätzlich will die Kommission das System weiterführen, dass mögliche negative Folgen des Einsatzes von Bioenergie durch Nachhaltigkeitsstandards reguliert werden sollen. Es gab da durchaus auch andere Vorstellungen, dass man bestimmte Einsätze von Bioenergie, beispielsweise Wald, also Holz, Biomasse, dass man das eventuell für bestimmte Verwendungen einfach verbieten könnte. Das hat sich aber nicht durchgesetzt in der kommissionsinternen Diskussion. Würde wahrscheinlich im Gesetzgebungsverfahren jetzt dann wieder aufkommen, das Thema. Wie hat man das einzuordnen? Aus unserer Sicht ist es völlig klar, dass erneuerbare Energien, gleich wie in welchem Dekarbonisierungsszenario man sich bewegt, in allen Szenarien eine sogenannte No-Regret-Option darstellen. Das heißt, man kann sich gar nicht vorstellen, zu dekarbonisieren, ohne erneuerbare Energien erheblich zuzubauen und den Zubau auch zu beschleunigen. Vor diesem Hintergrund ist es aus unserer Sicht nicht hinreichend, dass wir jedenfalls ab 2020 bis eventuell 2024 oder 2025 nicht wissen werden, welcher Mitgliedsstaat in Europa wie viel tatsächlich beitragen muss zur Erreichung des verbindlichen EU-Ziels. Das wird dazu führen, dass in den Mitgliedsstaaten, die ohnehin schon heute erneuerbare Energien zubauen, so wie in Deutschland, das nach wie vor stattfinden wird. Dass aber andere Mitgliedsstaaten in Europa, die politisch nicht so auf erneuerbare Energien setzen, derzeit, dass die bis 2024, 2025 relativ wenig oder vielleicht nichts tun in dem Bereich. Was dann auch heißt, wenn wir keine unterstützenden regulatorischen Rahmenbedingungen in diesen Mitgliedsstaaten haben, dass der Zubau, der dort stattfindet, teurer wird als notwendig, weil einfach größere Risiken aus Projekt ihrer Sicht existieren. Vor diesem Hintergrund ist nach unserer Auffassung der erneuerbaren Teil des Winterpakets unausgewogen. Auf der einen Seite, und da komme ich gleich noch zu, forciert die Kommission in ihren Vorschlägen die weitere Marktintegration der erneuerbaren Energien. Das ist richtig und sollte weiter vorangeführt werden. Auf der anderen Seite haben wir weiterhin eine massive Marktverzerrung gegen erneuerbare Energien wegen eines viel zu niedrigen CO2-Preises, wegen bestehender Schwierigkeiten der Erneuerbaren in den Markt hineinzukommen, wegen zunehmender Kapazitätsintervention etc. Es gibt einen ganzen Strauß von Rahmenbedingungen, die die Marktintegration der Erneuerbaren erschweren. Und vor dem Hintergrund ist es problematisch, dass wir auf der erneuerbaren Seite nicht robuste nationale Fördersysteme einfordern durch das EU-Recht. Da haben wir eine deutliche Unausgewogenheit in dem Gesamtpaket in unserer Auffassung. Nächstes Thema, Kohle in Klammern Ausstieg im Winterpaket. Das Interessante an dem Thema ist vor allem, dass es überhaupt explizit angesprochen wird. Es war bis wenige Wochen vor Annahme des Pakets, also jetzt am 30. November, in keiner Weise klar, dass die Kommission das tun würde. Das ist auch nicht von der Arbeitsebene der Kommission unterstützt worden, also nicht speziell vorbereitet worden, sondern dass das Thema Kohle und Kohleausstiege vor allem auf nationaler Ebene überhaupt angesprochen wurde, ist rein auf politischer Ebene am Ende in das Paket hineingekommen. In welcher Form ist es hineingekommen? Auf der einen Seite schlägt die Kommission vor, im Bereich von Kapazitätsmechanismen, da komme ich gleich noch zu, was genau das heißt, einen sogenannten Emission Performance Standard von 550 Gramm CO2 pro Kilowattstunde einzuführen, also maximal der CO2-Emissionen. Dieser Emission Performance Standard würde in Kraft treten für neue Investitionen sofort und würde für Kapazitäten in bestehenden Kapazitätsmechanismen innerhalb von fünf Jahren dann ein, ja, ein, wie sagt man das, ein Phase in sein. Wohlgemerkt, das bezieht sich nur auf die CO2-Intensität von Kraftwerken in Kapazitätsmechanismen, nicht für CO2-Intensität von Kraftwerken überhaupt. Gleichwohl ist es ein wichtiges politisches Signal, denn, wie ich eingangs gesagt habe, sind mehr und mehr Mitgliedstaaten dabei, Kapazitätsmechanismen einzuführen, um ihren nationalen Erzeugern weitere Finanzierungsmöglichkeiten zu schaffen. Wichtig auch ist, dass das Thema Überkapazitäten an verschiedenen Stellen in der politischen Kommunikation genannt wird. Es wird auch explizit genannt in der Sektoruntersuchung der DG Wettbewerb zu Kapazitätsmechanismen. Auch interessant ist das Thema Kohle und wie kommen wir in Carbon Intensive Regions aus der Kohle raus, unter dem Oberthema Just Transition, also eines sozial verträglichen Übergangs beschrieben wird. Die Kommission kündigt in der politischen Mitteilung zum Winterpaket an, dass sie mit den Mitgliedstaaten, die national aus der Kohle aussteigen wollen, also sich das vornehmen wollen aus der Kohlerzeugung und auch aus der Kohleförderung auszusteigen, dass sie mit denen einen politischen Dialog anfangen möchte, um zu sehen, welche existierenden EU-Mittel in dem laufenden Budget bestmöglich genutzt werden können, um so etwas national zu unterstützen. Wie ist das einzuordnen? Ich hatte schon gesagt, das ist erst sehr spät in der politischen Diskussion der Kommission in das Winterpaket hineingekommen. Wichtig ist vor allem, dass es explizit hineingekommen ist, denn das zeigt, dass innerhalb der Kommission sich etwas verändert hat. Bisher gab es dort eine ganz klare Haltung, dass es gibt die nationale Souveränität über die Wahl des Energiemixes. Es geht den EU-Gesetzgebern nicht an, wie wirklich Energie erzeugt wird. Und es gibt gleichzeitig den europäischen Emissionshandel, also sozusagen ein technologieneutrales CO2-Bepreisungsinstrument. Vor diesem Hintergrund hatte die Kommission sich bisher sehr, sehr zurückgehalten, überhaupt das Thema Kohleausstieg anzusprechen, in den Mund zu nehmen. Deshalb ist es jetzt bemerkenswert, dass das passiert. Es passiert nicht in der Form, dass Mitgliedstaaten vorgeschrieben wird, das zu tun, sondern dass es akzeptiert wird, dass jetzt insbesondere nach dem Paris-Abkommen vermehrt Mitgliedstaaten überlegen, wie sie aus der Kohle aussteigen. Und die Kommission streckt im Grunde ihre Hand aus und sagt, die Mitgliedstaaten, die das Thema jetzt angehen, für sich, die werden wir dabei unterstützen. Das ist auch vor der Frage Souveränität über die Wahl des Energiemixes wichtig. Es wird nicht erzwungen, sondern es wird unterstützt, mit Ausnahme des Emission Performance Standard. Allerdings ist es dort ein Sonderfall, denn da geht es um Kapazitätsinterventionen, also um Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten ergreifen, um Energieversorgungssicherheit aufrecht zu erhalten. Auf Deutsch gesagt, damit das Licht nicht ausgeht. Das ist also eine Sondersituation, die das betrifft. Das rechtfertigt dann auch einen solchen Emission Performance Standard. Das Wichtige, dass dieses zusammengedacht wird, der Emission Performance Standard im Bereich Kapazitätsmechanismen und das Thema Strommarkt, das ist auch ein signifikanter Schritt unserer Ansicht nach. Vor dem Hintergrund, dass das Thema Kohle erst sehr spät in das Paket gekommen ist, ist es nicht wirklich gut ausgearbeitet, weil es eben durch den Apparat nicht vorbereitet wurde in einem umfangreicheren Sinne. Es ist sicherlich im weiteren Gesetzgebungsprozess wichtig, dieses Thema umfangreicher aufzugreifen, einen größeren Narrativ zu etablieren, wie die europäische Handlungsebene den Kohleausstieg in Europa insgesamt voranbringen kann. Das Framing, was die Kommission jetzt vorgeschlagen hat, nämlich das unter dem Thema Just Transition, also eines sozial gerechten Übergangs, das halte ich für sinnvoll. Nächster Themenkomplex, Strommarktdesign. Also alle die Regeln, das Kleingedruckte zum großen Teil, was die Handlungsmöglichkeiten der Akteure am Strommarkt bestimmt. Welche Aspekte stecken drin? Die Kommission schlägt ein ganzes Bündel an Maßnahmen vor, damit Strommärkte flexibler und integrierter werden. Das ist etwas, was eine Energiewende basierend auf erneuerbaren Effizienz braucht, dass Strommärkte flexibler werden, integrierter werden. Eine der Hauptbotschaften, die wir als Agora Energiewende auch immer erzählen und erklären, warum das so sein muss. Damit die Märkte flexibler und integrierter werden, gibt es ein ganzes Bündel an sogenannten No-Regret-Maßnahmen. Das alles findet sich auch in den Vorschlägen der Kommission zum Strommarktbereich. Das sind sehr sinnvolle Vorschläge aus unserer Sicht. Relevant vor allem auch für die deutsche Debatte zur Preiszone ist, dass es an verschiedenen Stellen in den Vorschlägen zukünftig schwerer werden wird, Preiszonen mit dauerhaften und strukturellen Engpässen als solche aufrechtzuerhalten. Zum einen schlägt die Kommission eine Dynamisierung des Verfahrens zum Zuschnitt von Geburtszonen vor. Sie macht detailliertere Angaben, wie zukünftig Engpässe zu bewirtschaften sind durch die Übertragungsnetzbetreiber und sie macht Vorschläge zur Einführung eines marktbasierten Redispatch. Alle diese Elemente werden dazu führen, dass es eben schwerer wird, zukünftig Preiszonen mit dauerhaften strukturellen Engpässen als einheitliche Preiszone aufrechtzuerhalten. Die Kommission schlägt weiterhin vor, dass jedwede Art von Priority Dispatch abgeschafft wird. Es gibt momentan beispielsweise in Deutschland auch Priority Dispatch für erneuerbare Energieanlagen. Es gibt allerdings in anderen Mitgliedstaaten auch Priority Dispatch für Kohle, für Gas, für Biomasse, also für jede Menge unterschiedliche Erzeugungsformen. Die Kommission sagt, in einem zukünftigen Markt ist jede Art von Priority Dispatch eine Verzerrung. Das soll ein Ende finden. Allerdings sieht sie auch den Bedarf für bestimmte erneuerbare Anlagen, Ausnahmen vorzusehen, für bestehende Förderzusagen. Das ist wichtig natürlich für Investitionssicherheit und unterhalb bestimmter Schwellenwerte. Für Deutschland sind diese Schwellenwerte, die die Kommission dort vorschlägt, allerdings nicht relevant. Da liegen wir schon deutlich drüber. Das Wegfallen von Priority Dispatch wird nach Sicht der Kommission ausgeglichen, also die möglichen Unsicherheiten aus Investorensicht werden ausgeglichen, sollen ausgeglichen werden durch wesentlich detailliertere Vorgaben für die Abregelung von erneuerbaren Energieanlagen. Aus unserer Sicht gibt es ja eine neue Herausforderung, wie das tatsächlich effektiv vollzogen werden kann. Für das Thema Kapazitätsintervention sehr wichtig ist, dass die Kommission vorschlägt, eine harmonisierte Methodologie zur Abschätzung, ob wirklich es Versorgungsunsicherheiten gibt, ob das, was an Kapazitäten im Markt ist, wirklich nicht hinreicht. Momentan finden diese Adequacy Assessments national statt. Zukünftig soll es jedenfalls eine EU-harmonisierte Methodologie geben, sodass die Ergebnisse vergleichbar sind über die Mitgliedstaaten hinaus. Die Kommission schlägt auch vor grundlegende Designprinzipien für Kapazitätsmechanismen. Die sollen ein regionales Assessment von existierenden Kapazitäten voraussetzen. Es sollen die No-Regret-Maßnahmen zur Voraussetzung gemacht werden, dass man über solche Kapazitätsinterventionen nachdenkt. Ich hatte schon darauf hingewiesen, auf den Emission-Performance-Standard, also für Kohlekraftwerke, gäbe es nach den Vorstellungen der Kommission in Kapazitätsmechanismen zukünftig keinen Platz. Für die Kontrolle des Stromsystems in Europa, was zunehmend integriert wird, da schlägt die Kommission vor, dass es zukünftig sogenannte regionale operative Zentren geben soll. Das heißt, Kontrollräume, die oberhalb der nationalen Verteilnetzbetreiber liegen, in bestimmten Regionen unterhalb von der Europäischen Organisation der Verteilnetzbetreiber, mit einer relativ langen Liste an konkreten Zuständigkeiten sollten diese regionalen operativen Zentren ausgestattet sein. Größere Teile des Strommarztpakets sind zunehmend relevant auch für den Verteilnetzbereich, also nicht auch für den Übertragungsnetzbereich, aber auch für den Verteilnetzbereich. Da geht also die Kommission ein bisschen detaillierter zukünftig hinein in die Mitgliedstaaten und vor dem Hintergrund möchte sie quasi vergleichbar zu NSOE, dem Koordinierungsrahmen für die Übertragungsnetzbetreiber in Europa, einen ähnlichen Koordinierungsrahmen für die Verteilnetzbetreiber schaffen, den DSO Body auf Englisch und das ist sozusagen eine neue Struktur, die sie vorschlägt. Wie hat man die Vorschläge zum Strommarktdesign einzuordnen? Hatte ich bereits gesagt, der Flexibilitätsansatz, den die Kommission weiter vorantreibt, der ist aus unserer Sicht fachlich richtig und geboten. Thema Preiszonen, der Druck auf Deutschland Richtung Preiszonen-Splitting wird steigen. Natürlich muss man sehen, was aus dem Gesetzgebungsverfahren herauskommt, aber die Stoßrichtung ist ja klar, dass es deutlich schwerer werden wird, zukünftig strukturelle und dauerhafte Engpässe aufrechtzuerhalten innerhalb einer Preiszone. Wichtig auch, dass die Kohlekraftwerke aus Kapazitätsmärkten ausgeschlossen werden sollen. Das Signal an der Stelle ist aus unserer Sicht politisch kaum zu überschätzen, nämlich das erste Mal kann man sehen, dass die Kommission tatsächlich die weitere Entwicklung des Strommarktes und der Regeln im Strommarkt zusammendenkt mit den klimapolitischen Zielsetzungen Europas, was wichtig ist, damit der Markt zukünftig dann auch Richtung Dekarbonisierung schiebt. Mit dem Wegfall von Priority Dispatch werden andere Themen aus Sicht von erneuerbaren Energien erzeugern. und Investoren wichtig, nämlich die Frage des diskriminierungsfreien Netzzugangs und auch des effektiven Vollzugs der detaillierteren Strommarktregeln. Beides wird aus unserer Sicht nicht über Nacht funktionieren. Vor dem Hintergrund lässt sich heute bereits absehen, dass der weitere Zubau der erneuerbaren Energien, der ja politisch gewollt ist, auch absehbar in einem schwierigen Marktumfeld erfolgen wird. Vor dem Hintergrund, und da hatte ich bereits darauf hingewiesen, ist es wichtig, dass die Mitgliedsstaaten weiterhin robuste nationale Fördersysteme haben. Und da ist eine der Schwachstellen im Winterpaket, das wird eben über die EU-Ebene nach den Vorschlägen der Kommission weniger eingefordert, als es heute der Fall ist. Unserer Ansicht nach muss da nachgebessert werden. Thema Governance im Winterpaket, Governance also der allgemeine institutionelle Handlungsrahmen. Was sind wichtige Aspekte? Ich hatte bereits allgemein gesagt, wir haben einen neuen Handlungsrahmen in dem Sinne, dass wir EU-verbindliche Ziele haben für erneuerbare und jetzt vorgeschlagen auch für Effizienz. Die sind EU-verbindlich, allerdings sollen sie nicht auf die Ebene der Mitgliedsstaaten heruntergebrochen werden. Jedenfalls nicht in den nächsten Jahren, sondern erst in 2023, 2024, würden dann eventuell weitergehende Maßnahmen auf europäischer Ebene ergriffen werden, um eine Lücke zwischen nationalen Beiträgen zum EU-Ziel und dem EU-Ziel zu füllen. Und solche Lücken-Füllvorschläge könnten natürlich auch die Wiedereinführung nationalverbindlicher Ziele beinhalten. Statt nationalverbindlicher Ziele, unterlegt mit robusten Planungspflichten und Pflichten, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, schlägt die Kommission vor, dass zukünftig die Mitgliedsstaaten nationale und integrierte Klima- und Energiepläne erarbeiten sollen, als zentrales Instrument, um die Energie- und Klimapolitik voranzubringen. Im Kern geht es bei dem Vorschlag der Kommission um etwas, was wir aus dem Bereich der Wirtschaftsgovernance der EU bereits kennen, dieses sogenannte Europäische Semester. Und dieser Ansatz Europäisches Semester würde auch jetzt auf die fünf Dimensionen der Energie-Union Anwendung finden. Europäisches Semester heißt im Kern, dass in einem ersten Schritt die Mitgliedsstaaten bestimmte Pläne machen. Die würden regional dann auch besprochen werden mit anderen Mitgliedsstaaten, soweit betroffen. Es würde dann einen Dialog geben mit der Kommission. Gibt es Nachsteuerungsbedarf? Die Kommission würde daraufhin Empfehlungen aussprechen. Sie würde die Pläne bewerten mit Blick auf die EU-Ziele. Dann Empfehlungen aussprechen, unverbindliche Empfehlungen, das muss man sagen. Also keine klare Rechtsfolge. Und dann wären die Mitgliedsstaaten aufgefordert, eben nicht verpflichtet, aber aufgefordert, im nächsten Schritt bei dem Nachziehen der Planung, im nächsten Schritt Nachbesserung vorzunehmen. Und dieser Zyklus von nationaler Planung, Dialog wäre ein iterativer Prozess, der mit einem zweijährigen Zyklus ablaufen würde. Beginnend 2019, 2021, 2023 etc. Einer der Vorteile dieses vorgeschlagenen neuen Ansatzes ist, dass er mit den Überprüfungszyklen des Pariser Klimaabkommens durchaus vereinbar ist. Das heißt, es würde die EU in die Lage versetzen, mit dem sogenannten Ratcheting-up und Überprüfungsansatz des Pariser Klimavertrags vernünftig zu arbeiten. Hatte ich bereits erwähnt, integrierte Pläne beginnt in 2021. Es gibt zahlreiche offene Fragen, die jetzt nicht in den Vorschlägen bereits beantwortet sind. Insbesondere, woher kommen die Daten, die die Mitgliedsstaaten verwenden würden, zur Erarbeitung ihrer nationalen Pläne? Wie werden die nationalen Pläne aufbereitet? Wie werden die Daten aufbereitet? Wie werden Projektionen gemacht? Gibt es Vergleichbarkeit von nationalen Projektionen in bestimmten Bereichen? Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, gerade wenn das Ziel ist, dass man am Ende versteht, werden eigentlich die EU-Ziele erreicht und befindet sich die EU insgesamt auf dem richtigen Weg. Wie hat man das einzuordnen? Grundsätzlich ist dieser Bottom-up-Prozess einer integrierten Governance sicherlich richtig. Gerade auch, weil die Möglichkeiten der europäischen Handlungsebene sehr detailliert in die nationale Planung hinein zu regulieren eingeschränkt ist. Der vorgeschlagene integrierte Ansatz bietet Chancen, dass man Klima- und Energiepolitik wirklich holistisch entwickelt und mittel- und langfristig auch strategisch ausrichtet. Gerade die Diskussion zum deutschen Klimaschutzplan zeigt, wie wichtig ein solcher integrierter Diskussionsprozess mit langjähriger Perspektive ist, um bestimmte Themen dann auch frühzeitig zu erkennen. Aus Sicht der Effektivität des Handlungsrahmens gibt es aber klare Fragezeichen. Wenn man sich das anguckt, gibt es eine deutliche Diskrepanz zwischen dem, was die EU-Kommission, die EU-Ebene bräuchte an aktiver Mitwirkung der Mitgliedstaaten, um dann auch die Ziele verlässlich zu erreichen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Mitteln, die die Kommission jetzt sich selber vorschlägt, an die Hand zu geben, um Mitgliedstaaten dann auch dazu bewegen, ihre Beiträge zu leisten. Da gibt es eine deutliche Diskrepanz. Die Mittel reichen nicht aus, jedenfalls bis auf Weiteres nicht. Das heißt, es könnte, wenn in 2019 absehbar wäre, dass die EU ihre verbindlich gesetzten Ziele nicht erreicht, weil eben die nationalen Beiträge der Mitgliedstaaten, die die freiwillig anmelden, nicht hinreichen, dann könnte es bis 2024 oder 2025 nach dem momentan vorgeschlagenen Rahmen dauern, bis wir wissen, wo, was, wann tatsächlich erfolgt. Das ist eine aus Sicht der erneuerbaren Energien, vor allem aus Sicht der erneuerbaren Energien, unbefriedigende Situation, denn das heißt, es könnte in einzelnen Mitgliedstaaten in den Jahren 2020 bis 2025 zu einem völligen Erliegen des erneuerbaren Ausbaus kommen, was vor dem Hintergrund, dass wir ein EU-verbindliches Ziel haben und im Grunde einen kontinuierlichen weiteren Zubau brauchen und alle Studien sagen, dass erneuerbare Energie no regrets sind. Ganz egal, wie man dekarbonisieren möchte, ist das keine zufriedenstellende Situation. So, wie geht es jetzt weiter? Das Winterpaket ist ein großes Bündel an Vorschlägen der Kommission an den europäischen Gesetzgeber. Der europäische Gesetzgeber sind die Mitgliedstaaten im Rat und ist das Europäische Parlament. Das heißt, das Winterpaket ist der Aufschlag zum ordentlichen EU-Gesetzgebungsverfahren. Wichtig an der Stelle ist im Rat für die Diskussion, wer hat den Vorsitz, das heißt, wer hat die Ratspräsidentschaft. Das wird in 2017 erstes Halbjahr Malta sein, dann kommt Estland, dann Bulgarien, dann Österreich, dann sind wir Ende 2018. Im Europäischen Parlament, das ist wie im Bundestag organisiert, da wird momentan bereits diskutiert, welche Ausschüsse wären für welche Teile des Pakets federführend und dann natürlich, wenn die Federführung von Ausschüssen bestimmt ist, wer von den Ausschuss, von den Parlamentariern in den jeweiligen Ausschüssen ist dann der sogenannte Berichterstatter, das heißt derjenige, der sich bemüht, im Ausschuss dann Kompromisse zu identifizieren und letztlich den Stift hält zur Position des Parlaments. Wichtig von Hinken gedacht ist, im Mai 2019 gibt es eine Neuwahl zum Europäischen Parlament. Ähnlich wie in Deutschland gibt es eine Diskontinuität, das heißt Gesetzgebungsverfahren, die nicht abgeschlossen sind bis zur Neuwahl des Parlaments, können nur unter eingeschränkten Bedingungen weitergeführt werden nach der Neukonstitierung des Parlaments. Vor dem Hintergrund gibt es ein erhebliches Interesse daran, einen großen Druck, bis Ende 2018 das Winterpaket wirklich komplett durchzuverhandeln. Eine Reihe politischer Äußerungen der Kommission von einzelnen Mitgliedstaaten, die sagen, das wollen wir wirklich bis dahin schaffen. Ich hatte bereits beschrieben, Aspekte des Winterpakets, das ist auch nur in Auszügen natürlich, ist ein großes, komplexes Paket und es tritt hinzu zu bereits laufenden Gesetzgebungsverfahren, noch nicht ganz abgeschlossen, sind Vorschläge zur Gasversorgungssicherheit in Europa und es laufen auch noch EU-Gesetzgebungsverfahren zur Weiterentwicklung des Emissionshandels und zur Lastenteilung im Nicht-Emissionshandelsbereich. Insgesamt ist der Zeitplan und die Organisation, das Durchverhandeln des Pakets, das ist ehrgeizig, das bis Ende 2018 schaffen zu können. Es gibt eine Reihe von politischen Unwägbarkeiten, ich sage jetzt nur Brexit, die auch Einfluss nehmen werden darauf, ob das wirklich möglich ist und das wird man dann sehen müssen. Das ist jetzt Kaffeesatzleserei, da irgendwie eine klare Meinung zu haben. Es gibt jedenfalls, es ist ehrgeizig, das wird man sagen und es gibt einige Unwägbarkeiten, das muss man sehen, wie es kommt. Das war der Vortrag, den Sie hoffentlich genossen haben, also mir hat es Spaß gemacht und kommen Sie gerne zu einer unserer nächsten Veranstaltungen und melden sich an. Vielen Dank.